Es gibt zwei Sachen, die sind in den 70er Jahren definitiv legendär gewesen. Das ist einerseits Musik, andererseits natürlich Styling. Wir sind heute Abend unterwegs auf dem Luzerner Schiff, dem Partyboot für den Sommer 2017. Ich bin ganz alleine hier, ich habe mir zwei Protagonisten gesucht und die sind wir heute Nachmittag schon mal umstylen. Ich glaube, da willst du schon etwas rumhaben. Oh! Ich würde sagen, so ein bisschen Disco-mässig, oder? Nein, oder? Haben wir hier noch etwas so glitzerglänzig, Glamour? Oh! Ich habe die perfekten Stiefel dazu. Jäkli weg, wir nehmen sie so. Viel besser. Glitzerglänzig. Das ist auch ein bisschen Bee Gees mit dem ausgestellten Kragen, oder? Oh, mit Rüstchen dran. Los, ab in die Kabine. Du, das brauchen wir eigentlich nur noch in ein paar Pfötchen an die Füsse, oder? Sowas, was ist denn das? Würde ich sagen, Ladies first. Mariko, du schaust aber, dass du kein Koi auf den Kopf machst. Alles gut bei dir? Ja, gerade. Tipptopp. Das ist ja geil, wir machen es so glisch. Also ist das so glisch. Nichts, okay. Alles gut bei dir? Also 48-1. Also konsumärisch wirkt werden wir, wenn sie das feststellen, prüfer mit der governo nachfragen. Das ist ja geil, das ist ja geil. Kommt gerne. 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 Vielen Dank.